Oder man lässt den so lang, aber dann müsste ich den trotzdem ja öfter pflegen. Guck dir das an hier. Also, Video habe ich ja gemacht über Martin, neuer Geschäftsführer und so weiter. Können wir gleich auch nochmal drüber diskutieren, wenn ihr Lust habt. Und über Patrice Czovic, ein Talent, was ja durchaus als großes Talent gilt, der 16-jährige ZOM. Aber heute gab es dann die Verkündung einer anderen Verlängerung, die auch nicht so verkehrt ist. Und zwar mit Kian Todorovic, an dem ja auch schon einige andere Klubs interessiert gewesen sein sollen, wenn man den Medien Glauben schenken möchte. Hatten die ja schon vor ein paar Monaten mal darüber berichtet und wir wollten unbedingt mit ihm verlängern. Hat sich lange hingezogen und häufig ist es ja so, wenn sich was bei uns lange hinzieht, dass es dann eben nicht mehr zur Verlängerung kommt. Aber Todorovic hat verlängert und das freut mich erstmal ganz allgemein sehr. Und mich freut auch sehr, dass Hauhe, Hertha, BSC mir hier 200 Bits reinflangt. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Oder meine Liebe, das weiß ich ja nicht. Vielen Dank, sehr, sehr lieb. So, das ist der junge Mann. Ich habe mir schon mal ein paar Videos von ihm angeguckt. Auf Insta hat er so ein paar gepostet. Also, schon eine tolle Ballbehandlung. Ist so ein richtiger, typischer Achter-Spielgestalter. Schnittstellenpässe ins Bermuda-Dreieck, Schnittstellenpässe in die Tiefe zwischen die Ketten. Gute Übersicht, schöne Bewegungen, schöne Ballführung. Seit seinem achten Lebensjahr streift Kian Todorovic bereits das blau-weiße Trikot über. Spielt, glaube ich, auch schon für die türkische U-Nationalmannschaft und wird das auch weiterhin tun. Der 16-Jährige, der sich im vergangenen Sommer bei der Generalprobe mit der U17 eine schwerwiegende Verletzung zuzog. Das kann übrigens auch sein, dass es deswegen auch ein bisschen länger mit der Verlängerung gedauert hat. Deswegen hat er auch so wenige Partien erst absolviert. Hat bei unserem Hauptstadtclub einen langfristigen Vertrag unterschrieben. Kian hat herausragende fußballerische Fähigkeiten. Wir sind sehr stolz und froh darüber, dass wir ihn weiter begleiten und entwickeln dürfen. Kian wird begeistern, sagt Zecke Neuendorf. Wir sind überzeugt davon, dass Kian seinen Weg bei uns weitergehen wird. Er ist ein großes Talent und wir wollen ihm dabei helfen, sein volles Potenzial zu entfalten, fügt unser Sportdirektor Benjamin Weber anzu. Für Hertha zu spielen, dieses Trikot zu tragen, das ist etwas Besonderes für mich. Da sind sie wieder, die FIFA-Karrieremodus-Textbausteine. Daher bin ich sehr glücklich über diesen großen Vertrauensbeweis des Vereins. Und das streicht unser Eigengewächs. Ne, freut mich. Das wären jetzt hier nicht unsere eigenen Spieler. Ihr wisst schon, was ich meine damit. Oh Gott, Crazy Buzzer-Werbung, schnell weg. Da haben wir auf Twitch genug von. Todorovic kam 2015 aus der Jugend des FC Internationale. Kennt eigentlich, müsste eigentlich auch jeder kennen, oder? Der mal im Nachwuchsbereich oder im Jugendbereich Fußball in Berlin gespielt hat. FC Internationale kennt man. Im Anschluss durchlief der zentrale Mittelfeldspieler sämtliche Jugendmannschaften. Im vergangenen Sommer stieß der gebürtige Berliner zur blau-weißen U17. Zudem sammelte der Youngster bereits erste Erfahrungen auf der internationalen Bühne. Zweimal lief er bislang in Freundschaftsspielen für die türkische U16 auf. So, und das ist sein Transferprofil. Da siehst du halt noch nicht so viel. Das geht ja immer erst ab der U17 los. Und da er jetzt die ganze Zeit verletzt war, kommt er halt erst auf insgesamt sechs Einsätze. Ähm, genau. Aber ein sehr, sehr guter, sehr, sehr junger Mann. Er wird jetzt demnächst 17 Jahre alt. Und zwar, das ist ja kurz vor seinem Geburtstag. Was haben wir heute? Den Elften in einer Woche? Wir alle sind das Sternenschutz. So. Also das erstmal dazu. Ist doch eine schöne Nachricht. Klar, schade, dass uns Pastrisowitsch verlässt. Aber du kannst auch nicht alle halten. Und ja, Reisende soll man nicht aufhalten. Dann soll er gehen und sein Glück in Bremen suchen. Äh, wie die Bremer Stadtmusikanten. Ob er, ja, er soll einfach machen. Äh, ich freue mich sehr, dass wir Todorowitsch langfristig gewunden haben. Und ich finde es auch schön, dass Hertha das jetzt immer so kommuniziert. Auch auf den, äh, auf der Insta-Seite und so weiter. Dass da auch schon der Fokus drauf gelegt wird. Ähm, dass das so schön transparent ist. Und da kann man ja auch stolz drauf sein, wenn man verlängert. So. Enttäuscht bin ich nicht mehr, wenn sich Jugendspieler verziehen, wenn sie der Meinung sind, dass ihnen das gut tut. Ich kenne keinen Verein, der eine mehr auf Eigengewächsen basierende Startelf hat. Sehe ich absolut genauso. Danke für 100 Bits, Elia. Und ich habe ja schon mal gesagt, äh, wenn du dich teilweise so umhörst, haben viele auch aus wirklich Nachwuchsleistungszentren von Bundesliga-Klubs, die teilweise europäisch spielen. Ja, die finden Hertha mega attraktiv. Einfach aus, aufgrund dieses, äh, Faktors, ne. Dass du da, wenn du deine Leistung bringst und ein großes Talent bist und dich reinwirfst, dass du da wirklich die Chance bekommst, den Schritt im Profifußball zu machen. Weil wir kennen das, ob das Leipzig ist oder andere Vereine, auch bei Dortmund. Wie schwer ist es denn da, oder bei Bayern, wie schwer ist es denn da als Talent so gut zu sein, dass du wirklich eine Chance bekommst in der A-Mannschaft, ne. Da musst du halt auch immer direkt performen. Was sind das für Verträge mit 16, ab 18 erst Profi, oder? Ja, das sind meistens diese Förderverträge, die dann sich automatisch mit dem 18. Geburtstag zu einem Profi-Vertrag umwandeln. Oder wo es dann eine Option gibt. Ähm, Sternschaupobo, schön, dass du da bist. Danke für großzügige 300 Bits. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Moin, ihr Landratten. Ich freue mich riesig auf den Abend hier. Ich freue mich auch schon. Ich freue mich auch. Also das war auf jeden Fall eine schöne Nachricht, hat mich gefreut. Marton Dardai, ähm, muss man ja auch bedenken, das habe ich in meinem Video gar nicht mehr gesagt. Erstmal hat die Bild auch geschrieben, dass im Winter der FC Augsburg angeblich schon mal einen Vorstoß bei ihm versucht hat und ihn für zwei Inhalbmillionen abwerben wollte. Wir dann aber hätten irgendwie einen Cissé von Olympiakos holen wollen. Ich kann mich daran gar nicht mehr erinnern, dass das irgendwie Thema war. Mit Laie, mit Kaufoptionen hat da nicht geklappt. Und deswegen haben wir Marton nicht abgegeben. Keine Ahnung, ob das stimmt. Ihr müsst auch immer so denken, ich habe heute im Kicker gelesen, dass Gechter und Marton, dass wir mit den beiden verlängern wollen. Ja, wer kennt es nicht. Wenn man verlängern will, dann kommen immer die Transfergerüchte auf. Zuletzt hat man es ja sehr, sehr schön auch bei Jatta gesehen, als dann auf einmal das HSV-Gerücht aufkam, als er da den Vertrag zu besseren Bezügen verlängern wollte. Aber, wie gesagt, im Video, man darf natürlich auch nicht vergessen, ich weiß nicht, was die für Gehälter noch bekommen haben, als die verlängert haben, Gechter und Marton. Und das war ja 2021. Kann sein, dass wir da nicht mehr viel mehr bieten können oder vielleicht sogar weniger oder leistungsbezogener. Wir müssen jetzt mit denen verlängern oder wir müssen sie verkaufen. Ganz einfach. Also wenn sie jetzt nicht verlängern, dann müssen sie verkauft werden. Auch wenn ich es nicht will, aber sonst kriegst du ja nächstes Jahr gar keine Ablösesumme. Das macht ja überhaupt keinen Sinn. Timo Tonschuh, Dank für dein Primerbo, zwei Monate am Start. Wie es aussieht, wird Gechter bleiben, finde ich richtig gut. Ja, warten wir mal ab. Also, wie gesagt, Kicker hat ja geschrieben, dass man sich bei beiden da drum bemüht. Und wenn die immer die Top-Talente uns abziehen mit 15 oder 16, dann werden wir nicht so schnell aufsteigen. Deswegen ist es ja wichtig, dass man da frühzeitig eben dran arbeitet. Und das eben nicht so passiert, wie es früher der Fall war, dass dann ein 14-Jähriger zu Bayern geht, ein 15-Jähriger. Genau jetzt wie bei Boris Luhm. Wenn er dann unbedingt gehen will mit 16 Jahren, was ich ihm ja nicht mal empfehlen würde, dann kriegen wir wenigstens eine Ablösesumme, die im Millionenbereich ist. Auch wenn man das natürlich trotzdem nicht will, aber so muss man es halt machen. Laut Pal wollte Augsburg-Martin doch im Winter, das weiß ich noch, der war unter Schwarz so gut wie unsichtbar. Kann ich mich nicht erinnern, dass der das gesagt hat. Partisan Rostock, ich hoffe, du bleibst hier friedlich, mein Lieber. Moin, hab häufig YouTube-Videos von dir geschaut und mit dem Follow passt. Das ist jetzt vor dem Spiel morgen ganz gut, denke ich. Grüß dich, wir freuen uns hier über jeden, solange er nett diskutiert und nicht frech wird. Frech sein darf nur ich, weil ich bin ja der Streamer. Freut mich, dass dir die Videos auch als Hansa-Fan gefallen. Hast du mitbekommen, was die im Stadion machen wegen Rostock? Ja, habe ich gesehen. Das ist das erste Mal, seit ich ins Olympiastadion gehe, habe ich das noch nie gesehen, dass die tatsächlich so Netze spannen, weil es ist ja auch so mega weit weg, Netze vor dem Block. Und da gibt es wohl noch einiges anderes, was gemacht wird, aber wir werden es ja morgen Abend dann sehen. Plus eben diese großen Pufferblöcke, muss man sich ja auch mal überlegen. Wenn es 60.000 sind, dann sind es 15.000 Plätze als Pufferblock. Tim schreibt, die Kian-Verlängerung ist schon eine echte Hausnummer und Überraschung. Da hörte man andere Sachen und dort waren auch nicht wenig Vereine interessiert. Das ist unfassbar schön, dass man ihn halten kann. Fußballerisch ist der Junge eine absolute Augenweite. Augenweite muss natürlich abwarten, wie es nach der schweren Verletzung wird, aber der wird wirklich begeistern. Glaube ich auch. Du bist ja da auch immer sehr im Thema, so wie ich es mitkriege, was du hier mal reinschreibst. Ich weiß, dass der unfassbar viele Angebote hatte, aber ich hatte schon mitbekommen, dass die Tendenz schon ist, dass er Bock hat, hier zu bleiben. Und nochmal, vielleicht hat sich diese Tendenz auch verändert bei einem Spieler wie Todorovic, der wirklich von vielen Klubs gejagt wird, weil die Spieler, das Umfeld und auch die Berater eben sehen, du, hier kannst du wirklich deine ersten Schritte machen und kannst ja dann immer noch wechseln. Und dann kann, das muss das Ziel von Hertha sein, dass wir da wenigstens Ablösesummen generieren. Ich hoffe, dass man da frühzeitig, ist ja krank eigentlich, dass man das schon bei 16-jährigen Spielern machen muss, aber dass man da frühzeitig halt daran arbeitet, dass Minimum so eine, und wenn die Ausstiegslauseln völlig überhöht sind, aber wenn die Leute da alle ankommen, wie Geier aus Gladbach, Wolfsburg und was weiß ich, wo die alle herkommen, dass die dann wenigstens eine ordentliche Ausstiegslausel zahlen müssen oder dann sollen sie halt die Finger von weglassen, wenn ihnen das zu teuer ist, ins Potenzial reinzuzahlen. Neumann, danke für 100 Bits, mein Lieber. Ich bin gespannt, das wird wahrscheinlich Knastfeeling morgen. Ja, könnte ein bisschen so wirken. Wobei, es gibt es ja in ganz, ganz vielen, ja, wobei so krass war es noch nie, ehrlicherweise, muss ich sagen. Aber das letzte, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was das letzte Mal, dass wir gegen Rostock gespielt haben, das ist ja schon eine Ewigkeit her, da waren aber auch nicht so viele Zuschauer da, das kann ich mich noch erinnern. Ich habe es auch noch nie gesehen in der ganzen Zeit als Hertha-Fan. Ja, wir stellen einfach unser eigenes Pokalfinale nach dem Lautern aus. Wie meinst du das? Kian Todorovic hat mal paar, hat, was? Kian? Ha, ho, hey. Kian Tovodoric hat mal bei einer Find the Pro-Folge mitgemacht, falls es dich interessiert. Ach so, das klingt wirklich interessant, kannst du mir mal senden, können wir uns mal angucken. Alter, MC Koi ballert hier großzügige 500-Bits rein. Junge, 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 vielen, vielen Dank für den großzügigen Support, mein Lieber. Wir müssen schnell, so schnell wie möglich aufsteigen, damit Hertha höhere Erlöse für seine Abgänge generieren kann, absolut. Stellt euch vor, wir wären noch in der ersten Liga, dann würde man sich sicherlich nicht über zwei Millionen Ablöse für den Marton Dardai unterhalten, auch wenn das ja nur ein Gerücht ist. Also wie gesagt, nicht immer gleich in Panik verfallen. Wir sprechen ja auch nur drüber, es macht halt Spaß, darüber zu diskutieren und ihr fragt mich auch immer, was ich davon halte. Jamil Najar und Ulrich haben sich ja prächtig entwickelt in Gladbach. Also ich kann jedem empfehlen, da hinzugehen, sehe ich genauso. Vor allem Jamil Najar, wobei ich den sowieso nicht zwangsläufig bei uns in der ersten Mannschaft gesehen hätte. Herr Rachmaninov, grüß dich. Nicht jeder Junge wird gehalten, sonst müssten nächste Saison zwölf Junge aufsteigen mindestens, absolut. Das sind jetzt auch gerade echt gute Jahrgänge. Wer weiß, ob die jetzt dauerhaft immer so werden, aber das geht ja sowieso, das geht ja rechnerisch schon mal nicht. Und selbst wenn dann mal einer geht, den man eigentlich halten wollen würde, dann ist es so. Finde dein Glück. Ist Luca Marseiler noch ein Thema bei uns? Habe ich nicht mehr gehört. Der ist ja jetzt in diesem Sommer ablösefrei. Da werden sicherlich einige Zweitligisten dran interessiert sein. Aber habe ich nichts mehr irgendwo gelesen oder gehört. Aber habt mal gehört, dass man sich im Winter wirklich, glaube ich, mit ihm beschäftigt hat. Ja, Schöneberger Junge, leider, weiß ich, leider, ja. Leo, grüß dich. Ja, was ist noch passiert? Neuer Geschäftsführer, DFL, DFB, aber ist ja nur für Finanzen. Es wird bei Paderborn gewildert. Na, das Ding ist doch, dass ja die Polizei das einstuft und dementsprechend das Konzept angepasst wird. Und vor dem letzten Hansa-Spiel im Olympiastadion sind die Rostocker ja noch nicht in jedem Stadion so eskaliert. Wie viele Jahre ist denn das letzte? Also da war ich wirklich noch deutlich jünger. Da bin ich noch im Kinderwagen durch die Gegend gefahren. Ne, so jung war ich nicht. Aber ich... Wann war denn das letzte Spiel gegen Hansa? Ich kann mich auf jeden Fall an ein Spiel gegen Hansa erinnern. Ich weiß aber nicht mehr, haben wir da verloren. Da haben wir nach der ersten Minute geführt und ich glaube, danach haben wir 3-1 verloren. Und das war schon für mich als junger Mensch damals schon so, boah, diese frühen Führungen tun Hertha gar nicht gut. 2007? Boah, 2006 ist aber wirklich lange her. 2007. 17 Jahre. Ey, 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 wie die Zeit vergeht. Ja, da war ich ja gerade mal 2. Wir werden aber nicht nur mit jungen Spielern aufsteigen. Wir haben seit Jahren eine gute Jugendarbeit. Ich frage mich eher, wer sonst da zustößt. Schüler etc. sind doch keine Verstärkung. Das werden wir dann sehen. Das sind ja alles erstmal nur Gerüchte. Kommt ja auch darauf an, wer geht. Also wenn von den Leistungsträgern, also von den Stammspielern, keiner geht, außer Kenny oder so, dann brauchst du ja auch nicht viel machen. Und das ist ja auch immer ein schmaler Grat zwischen einem zu großen Kader. Wird es ja auch nicht den Jugendspielern immer direkt einen vor die Nase setzen. Klar, jetzt im Nachhinein betrachtet, hätte ich auch gesagt, vielleicht noch ein rechter Flügel wäre nicht schlecht gewesen. Aber dafür kam ja Polko, der sich dann aber nicht so bisher zeigen konnte. Aber im Endeffekt finde ich es auch gut für Winkler, der auch schwierige Phasen jetzt dabei hatte. Aber genau diese Phasen brauchst du ja, um eine Weiterentwicklung zu machen. Ganz herzlich, Gein Michael. Auch bei richtigen Top-Spielern, die Jungen sind. Dass die mal Phasen dabei haben, wo es nicht so läuft. Aber daraus lernen sie ja dann auch. Vanitas, danke für dein Prime-Abo. Sechs Monate am Start, ein halbes Jahr. Moin zusammen, 15k Puffer ist echt verrückt. Bei welchem Derby gab es das? Das gab es, glaube ich, noch gar nicht. Also kann ich mich nicht erinnern. Also auf jeden Fall nicht gewollt. Piltert ja die ersten fünf Namen von der Geheimliste. Ganz herzlich, dein Michael. P-Punkt. Ach, dann war das sogar das Spiel, was ich im Kopf habe. Das letzte war 2007. 3-1 verloren, ja. Dann war das sogar das Spiel. Ich glaube, das hat Pantelet in der ersten Minute getroffen oder so. Also ich weiß es nicht mehr genau. Ich kann mich nur an dieses Spiel erinnern, weil wir so früh getroffen haben. Und ich dachte, jetzt kommt was Gutes. Und dann kam was ziemlich Schlechtes. Werner Wuchtig. Danke für dein Stufe 1. Aber 22 Monate am Start. Zwei Monate nochmal lieber. Bist du bei Hertha Viking auch dabei? Er hatte zum Treffen eingeladen. Habe ich gesehen. Wenn ich es zeitlich schaffe, ja. Ich habe morgen noch viel zu tun vorher. Müsste ich hier um 14.30 Uhr los. Das kann ich nicht garantieren. Aber ich versuche es. Das letzte Mal war ich auch wieder vor dem Stand. Aber ich probiere mein Bestes. Ich habe noch ein Ticket für Gästeblog. Übergebe es aber nur ab, wenn jemand Hertha Schall hochhält. Ist klar, du hast immer die Tickets für die Gästeblogs. Man kennt es. Togleten, grüß dich. Ganz herzlich, dein Michael P. Lars H.O.H. Danke für dein Stufe 1. Aber 23 Monate am Start. Einen Monat nochmal lieber. Nach herzlichen Stand. Wer wird 1. bis 3. Platz in der 2. Liga? Oder meinst du 1. Liga? Ich würde trotzdem sagen, dass St. Pauli 1. wird. Holstein Kiel 2. und 3. Boah, ich fühle mich echt schwer. Ich war ja einer, der die ganze Zeit gesagt hat, HSV. Aber jetzt mit dieser ganzen Situation glaube ich fast eher Fortuna Düsseldorf. Hannover glaube ich auch. Es wird sich zwischen Fortuna Düsseldorf und HSV entscheiden. Weil ich glaube nicht, dass Hannover nochmal so eine Konstanz reinkriegt. Selbst wenn die da nochmal auf diesen Platz rutschen, dann brechen die in einem oder anderen Spiel nochmal ein. Hast du den Beitrag von... Beitrag. Hast du den Beitrag von 777-Sportshow gesehen? Ne, den gucken wir hier aber gleich. Du sagst sogar... Leonardo sagt sogar, Kiel wird Erster und Dritter wird Herter. Dein Wort in Gottes Ohr, mein Lieber. Dann müssen wir morgen aber loslegen. Dann müssen wir morgen aber vorlegen. Auf jeden Fall. Genau. Wo Hansa in die Bundesliga kam, sagte ihr Trainer, Reinders, Jungs, wenn irgendwas ist, ruft mich an. Alle Spieler blickten zu Boden. Was ist denn? Fragte Reinders. Wir haben kein Telefon. Wann sind die denn das erste Mal in die Bundesliga aufgestiegen? Ich hatte damals, habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, Grüße gehen raus, Schinkel. Wir hatten in der Uni, da hatte ich in meiner Klasse, wo ich in Bochum war, hatte ich so einen richtigen Hansa-Fan. Ganz herzlich, der war auch immer mit seinem Boot unterwegs, ein richtig Norddeutscher, Nordostdeutscher. Wahrscheinlich wird Rostock noch mehr... Ach ja, ich will mich mit diesem Thema gar nicht widmen, ich will mich eigentlich auf Fußball konzentrieren. Mondprinzessin, schön, dass du da bist. Danke für das Stufe 1-Abo. 18 Monate am Start, anderthalb Jahre in der besten Community. Danke dir, meine Liebe. Wenn Relegation stattfindet, gehe ich komplett blau-weiß bemalt. Okay, Leonardo, dann allerdings bitte trotzdem eine Unterhose anziehen. Das würde ich dir empfehlen, denn wenn da so ein Rüssel raushängt, dann kommst du auch nicht mit ins Stadion. Kannst du bedeckt sein wie du willst mit Farbe. Ich glaube, sportlich gesehen ist ein weiteres Jahr, zweite Liga, gar nicht verkehrt. Nur unsere Finanzen würden sehr darunter leiden. Ja, es kommt aber auch darauf an, welche Schlüsse man halt zieht und wie man sich dann weiterentwickelt. Jedes Jahr, zweite Liga ist sehr teuer. Und ich bin mir sicher, dass es nächstes Jahr nicht leichter wird. Egal, wer jetzt runtergeht. Ich glaube nicht, dass Schalke nochmal so eine schlechte Saison spielt. Wer auch immer unten bleibt von den Vereinen, wird wieder oben mit rumspielen. Gerade wenn jetzt Kiel und St. Pauli hochgehen. Nicht, dass man es überhaupt nicht hätte denken können, dass St. Pauli hochgeht. Aber das sind halt beides nicht die Mannschaften, die jetzt die größten Mittel zur Verfügung hatten. Das heißt, ich bin mir wirklich eigentlich sicher, dass es sowohl punktemäßig als auch generell von der Qualität und auch was die anderen Mannschaften für den Kader mitbringen können, nee, es ist ja deutlich schwerer wird. Wenn Köln natürlich absteigen sollte, die können ja in der ersten Transferperiode gar nichts machen. Da bin ich sowieso mal gespannt, was dann passiert. Die können ja dann erst im Winter einkaufen. Äh. Ganz herzlich, dein Michael P. Roganus, grüß dich. Achso, habe ich das hier gar nicht vorgelesen. Elia, danke nochmal für 100 Bits. Wenn man einen 15k Puffer einbauen muss, weil die sich nicht benehmen können, wäre ich dafür, den Zutritt gänzlich zu verbieten. Dafür müsste, glaube ich, noch mehr passieren. Ich hoffe, dass es nicht passiert, aber, ja. Ich weiß immer nicht, wie ich diesen Namen vorlesen soll. CZ Pacer, danke für deinen Prime-Abo, sieben Monate am Start. Bester Mann Felicio, Liebe geht raus. Danke, mein Lieber, für den Support. Und euch, Rika haut auch nochmal 100 Bits raus. Danke dir, mein Lieber. Schon über Todorovic gesprochen? Ja, ganz am Anfang. Ähm. Ich finde es krass, wie sehr das Pahl-Thema die einzelnen Fans teilweise spaltet. Ich finde aber krass, dass irgendwie überall bei uns, jetzt fängt es im Fußball auch schon an, warum kann man denn nicht einfach andere Meinungen akzeptieren? Es gibt auch immer nur schwarz-weiß. Es gibt auch auch Zwischensachen. Aber das ist irgendwie heutzutage schwer, so zu diskutieren. Wenn man, wie ich ja schon mal gesagt habe, was ja auf jeden Fall definitiv nicht der Fall ist, wenn ich Pahl kritisiert habe, bin ich gleich ein Hater, der nichts, keine Ahnung hat und nichts dazugelernt hat. Andersrum wird man natürlich auch angegangen. Ich weiß nicht, das fehlt irgendwie so ein bisschen an Diskussionskultur. Aber man muss auch ehrlicherweise sagen, ähm, vielleicht, das finde ich zumindest, hätte Pahl ein bisschen anders reagiert in den Pressekonferenzen, würde das Thema vielleicht nicht so sehr spalten, wie es jetzt spaltet. Aber er ist nicht der Grund dafür. Das ist einfach so ein Grundproblem, weil die letzten Male, nachdem er dann gegangen ist, halt auch wir wirklich katastrophale Trainerentscheidungen getroffen haben. Ich bin immer dafür, lass doch dem anderen seine Meinung. Das ist doch das Geile am Fußball. Wir alle sind das Sternenstaat. Smoking Charizard, mein Lieber, es ist aber sehr lieb. Danke für großzügige 300 Bits. Schön, dass du wieder dabei bist. Fürchte, Köln steigt ab und Davy S-Punkt schießt den Siegtreffer gegen uns in der kommenden Saison. Ich bin mir gar nicht sicher, ob Köln, wenn die absteigen, klar, die können eigentlich keinen mehr abgeben, aber ob die sich so ein Säke leisten können. Aber müssen sie ja dann wahrscheinlich. Säke soll ja bei Köln zwei Millionen verdienen. Ich denke mal auch, dass die da so Verträge haben, die in der zweiten Liga 30 bis 40 Prozent weniger bringen, den Spielern. Das ist ja standardisiert. Ich weiß nicht mal, wer bei Köln alles in Zweitliga-Vertrag hat, ob da alle Spieler einen Zweitliga-Vertrag haben. Aber ja, Säke ist jetzt erstmal wieder verletzt. Das ist total bitter für Köln. Ich glaube, Serhatta macht noch ein Sondertrikot. Würde sie finanziell durch... Ja, glaube ich schon. Ja, ja, es gibt... Sag ich ja, Herr Rachmaninoff, so meine ich das ja auch. Ich finde, es gibt zu wenig Zwischentöne. Entweder bist du für Paar oder du bist gegen ihn. Dabei ist das ja auch Quatsch, finde ich. Wenn Paar morgen gewinnt und die anderen uns ein bisschen spielen, ein bisschen uns in die Karten, ist Paar der Größte. Das Blatt wendet sich leider immer sehr schnell. Ja, ich glaube, du hörst einfach... Ich glaube nicht, dass jemand, der Paar sehr, sehr kritisch sieht, wenn wir morgen gewinnen, ihn auf einmal überhaupt nicht mehr kritisch sieht. Es sei denn, wir haben auf einmal eine Art und Weise, wie wir Fußball spielen, die völlig anders ist. Ich glaube, es ist halt bloß einfach immer so, du hörst halt immer die, die sich bestätigt fühlen, dann sehr laut in Kommentaren oder so auf Social Media. Also wenn er verliert, dann melden sich natürlich alle, die gegen Paar sind und wenn das Spiel schlecht war. Wenn er gewinnt, wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, ja. Mir kommt es auch wirklich sehr auf die Spielweise an. Ich bin da auch bei Benni Weber, auch wenn ich so eine Parolen eigentlich nicht mag, aber es bringt ja im Moment nichts anderes. Ich würde da wirklich von Spiel zu Spiel im Moment schauen. Und wir müssen erst mal gewinnen. Da brauchst du auch nicht auf die anderen gucken. Das ist ja ein bisschen wie im Abstiegskampf auch. Wir müssen erst mal unsere Punkte holen, danach kannst du auf die anderen gucken. Wobei da schon Stolperpotenzial bei dem einen oder anderen Klub mit dabei ist. Meine Angst war es, dass es am Ende ein Platz 4 oder 5 wird und man ignoriert, dass das trotzdem Grütze war. Ich glaube nicht, dass man das ignorieren wird. Ich glaube, das wird dann deutlich... Was glaubt ihr eigentlich? Wer wäre euch alle finanziert? Ich glaube, wenn man sich dann von Paar trennen wollen würde, aufgrund von inhaltlichen Themen, nicht von der Platzierung die Themen oder er nicht mehr weitermachen will, dann wird es deutlich schwerer, das zu kommunizieren. Aber ich vertraue da voll auf Benni Weber, dass er die Entscheidung auf Basis fällt. Wo wollten wir sein? Fußballerisch, wo sind wir? Wie kann sich das weiterentwickeln? Also ich weiß genau, was du meinst, aber ich glaube, das ist eher was, was dann die Fans noch mehr spaltet. Ich glaube, dass da die Entscheidung nicht komplett unabhängig natürlich von der Platzierung, weil am Ende ist Fußballergebenssport, aber dass man schon darüber hinausblickt, als was es nur am Ende der Tabellen stand. Und mich würde es wundern, wenn mir wirklich jemand ernsthaft, der da die Entscheidung trifft, sagen will, dass das letzte Spiel ein guter Matchplan war, beispielsweise gegen Paderborn. Alter, Dennis, du geile Sau. Danke für großzügige fünf Sub-Gifts. Mensch, vielen, vielen lieben Dank. Sehr, sehr lieb von dir. Danke, mein Lieber. Liebe geht raus. Tja, man heißt nicht umsonst, du geile Sau, ne? Ähm... Warum steht Weber nicht hinter Pahl und sagt, wir wollen mit Pahl weitermachen, unabhängig, was, was, wer Pahl mag? Äh, vielleicht, weil er nicht mit ihm weitermachen will, oder weil es noch nicht feststeht, oder weil er nicht sagt, äh, ob er weitermachen will. Da bringst du dich doch nur in Schwierigkeiten, wenn die Sache noch nicht feststeht im Hintergrund, oder man hat schon Ideen, und dann steigst, was ist dann, wenn du auf einmal doch noch Dritter wirst? Und dann steigst du auf. Was willst du da machen? Ho, hey. Da würde man sich, glaube ich, nur, äh, selber in Bedrängnis bringen. Macht für mich überhaupt keinen Sinn. Dennis, du geile Sau. Dank für den 100 Selke-Bits. Ja, das kam lange nicht mehr, ne? Vielen, vielen Dank. Du bist aber auch heute wieder großzügig, Mensch. Stiff Meester. Danke für großzügige 500 Bits, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Das ist ja äußerst nett von dir. Danke dir, mein Lieber. Du geile Sau. Auf ein morgiges Fußballfest. 60K gegen Rostock in der 2. Liga. Ich gehe in den Arsch. Hau, hey, mein Lieber. Hau, hey. Ich glaube, ich sag mal so, es könnten vielleicht trotzdem viele Tore fallen, aber ich glaube, ein fußballerischer Leckerbissen erwartet uns da morgen nicht. Stimmung wird natürlich geil. Also hoffentlich bleibt es ruhig und die Stimmung wird einfach nur geil. Und ja, kann auch ein torreiches Spiel werden, aber ein fußballerischer Leckerbissen wird es, glaube ich, nicht. Marton Dardai, Abgang wohl fix, was? Das war übrigens von Stiefmeester die erste Chat-Nachricht dann gleich 500 Bits. Was sind das hier schon wieder? Killer-Zecke für Fake News. Dardai ist Abgang wohl fix, Martons. Wer sagt das? Wo steht das? Und jetzt haben die Medien auch wieder Spaß an Hertha gerade. Ja, die Doku gucken wir gleich an, kurz. Also habe ich noch nicht gesehen, dass Martons Abgang fix ist. Ich habe nur gesehen, dass der Abgang von laut Bild von Patrice Czovic fix ist. Ich glaube ja, wir schaffen noch die Relegation und werden dann gottlos abgeschossen von Köln. Also, dass Köln uns gottlos abschießt, glaube ich eigentlich nicht. Habt ihr mal die Spiele von denen gesehen? Die haben ja richtig Probleme, Tore zu schießen. Da hast du, glaube ich, jetzt verwechselt mit Czovic, Killer-Zecke. Keine Panik. Nein, nein, nein. Ist alles okay. Das war eine Fehlinformation. Fake News von Killer-Zecke. Was glaubt ihr eigentlich? Werden wir euch alle finanziert? Mensch, ihr seid aber auch heute großzügig. Wieso gibt es hier keinen Hype-Trend für so großzügige Leute? Alter, Jogo Toffel, danke für dein... Ganz herzlich, dein Michael. Ähm... Für deine Sub-Bombe, Alter. Fünf Sub-Gifts hier reingeschleudert. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Ein Toast auf dich, als wärst du ein Sandwich-Maker, du geile Sau. Danke, sehr großzügig. Und Hauhe Frico, danke für dein Stufe-1-Abo, 17 Monate am Start. Hauhe Frico, auch ein geiler Name. Flori, danke für 100 Bits. Hab Angst vor morgen, ausverkaufte Stadion und Hertha ist immer so eine Sache. Ja, aber wer richtig hingehört hat, was hat Vera gesagt? Offiziell ausverkauft ist es nicht. Wir haben nur das ganze Kontingent aufgebraucht. Solltest uns alle zu dir einladen und uns alle mal richtig knudeln. Das machen wir bestimmt. Ich lade alle 194, die jetzt gerade sind, hier ein. Der letzte muss dann aber reingepresst werden in die Wohnung. Ist okay, ne? In die Video. Danke für dein Prime-Abo. Sechs Monate am Start. Hauhe. Okay, Axel Kruse hat im RBB-Podcast richtig hart über Weber hergezogen. Das ist fünfmal schlimmer, als was Steffen Rohr gegen Dardai schrieb. Ja, aber Daniel, das ist ja nicht das erste Mal. Ich müsste es mir eigentlich mal angucken, dass ich da so ein Dings bin. Der macht ihn ja seit Anfang an fertig. Ich meine, ich verstehe, dass er zu Fredi Bobic ist nun mal sein Freund. Wie würde man, wenn wirklich einer deiner fester Kumpel ist, würdest du über den auch nicht schlecht reden. Aber der ist ja am Anfang, der seit Benni Weber da ist, macht er den ja nur runter. Der verarscht den ja auch immer so und macht so Grinsekatze, der traut sich nicht zu sagen und so weiter. Der macht den ja auch, hat er ja auch damals. Er hat alles immer kritisiert und bei Bobic war immer alles okay. Also das kann ich irgendwie nicht als differenzierte Meinung von ihm auffassen. Es kommt mir eher so vor, als ob er generell ein Problem mit Benni Weber hat. Benni Weber, Prez, Bobic, würde ich bis jetzt auf jeden Fall mitgehen. Ich weiß, du hast kein Facebook, vielleicht kannst du es ja trotzdem sehen. Das ist ein Video vor dem Stadion. Unglaublich, was die da aufbauen. Kannst du mir mal irgendwo schicken. Benni in der ersten Transferphase mehr gekocht als der Messi, der Manager in Jahren. Das stimme ich auf jeden Fall zu. Ich finde halt einfach bei Benni Weber, da ist jetzt auch nicht alles aufgegangen, aber ich hatte bei fast keinem Transfer, ich wüsste jetzt bei fast nichts oder bei seinen Entscheidungen, hatte ich nie so dieses oh mein Gott, was machen wir da. Das hatte ich bei anderen Managern teils schon. Also ich konnte die Idee dahinter nachvollziehen, auch wenn nicht alles aufgeht. Es würde sowieso nicht alles aufgehen, erst recht nicht bei 30 Transferbewegungen, es geht gar nicht. Habe ich dir geschickt, guck mal aufs Handy, gucke ich mir gleich nach dem Stream an, mein Lieber. Sonst werde ich hier wieder aus meinem Stream rausgeschmissen an Sicht den Chat nicht mehr. Josch X, Grüße aus der Schweiz, Grüße in die Schweiz, mein Lieber. Ja und sonst so, was gibt es noch? Habe ich noch irgendwas verpasst? Wie ist dein Gefühl für morgen? Was habe ich denn getippt? Ich habe schon wieder vergessen, was ich getippt habe. Habe ich 3-1 getippt oder 2-1? Ich bin bullisch auf Hertha getrimmt, bin sehr positiv gestimmt, aber liegt vor allem an der Pressekonferenz, die mich irgendwie sehr gehypt hat. Am Ende wird es wahrscheinlich wieder so sein, Hansa Rostock steht tief und wir haben keine Ideen. Ich sage 2-1 oder 3-1 für uns, aber wie gesagt, bei Hertha weißt du wirklich, also bei Hertha oder generell 2. Liga weißt du nie. Also ich habe ein gutes Gefühl. Du hast mich ja nach meinem Gefühl gefragt. Mein Gefühl für morgen ist gut. Das ist aber meist kein gutes Zeichen. Das ist meistens kein gutes Zeichen, muss ich euch leider vorwarnen. Also wenn ich richtig gut gelaunt bin und Hoffnung habe bei Hertha, solltet ihr auf jeden Fall, falls ihr wetten geht, das Gegenteil machen. Apropos wetten, ich muss mir mal einen Reminder stellen, ich muss noch Kicktipp machen, sonst verpasse ich wieder einen kompletten Spieltag. Wecker gestellt. Ich hoffe, auf gut stehen und wir eiern irgendwie einen Standard rein. Das ist doch unsere Spielweise, nehmt uns die doch nicht weg. Würdest du für die kommende Saison einen klassischen Spielmacher verpflichten, wenn Ibo Maser bleibt nicht? Auch wenn Ibo Maser eigentlich kein klassischer Zehner ist, aber ich würde es mit ihm spielen in der Zentrale, entweder hinter der Spitze oder auf der Zehen. Wenn er bleibt, würde ich keinen Hunde, weil den würde ich hundertprozentig immer spielen lassen. Sage 1-0, denn wir haben ewig nicht zu Null gespielt, aber gegen Rostock können wir es dann auf einmal. Ja gut, Rostock ist mit Osnabrück auch die Mannschaft mit den wenigsten Toren in der Liga. Vor dem Spieltag, dem letzten, wo sie 3-1 gewonnen haben, waren sie sogar alleinig, 18. und sie haben trotzdem mehr Abschlüsse als Hertha. Das sagt auch schon wieder einiges aus. Finde, wir haben in der Jugend genügend Spielmacher, muss keiner verpflichtet werden. Mavis, erstmal schön, dass du da bist, erste Chat-Nachricht, das kommt ja auch noch dazu, da kommt ein Julius Gottschalk, ja, Todorovic ist eher so Achter, aber der kommt ja auch noch, wir haben ja noch einige Spieler, die da nachkommen, sehe ich ganz genauso. Ja, Rostock schießt gute Standards und Hertha ist auch standardanfällig, also Hansa Rostock ist nach Freistößen wirklich sehr gefährlich, teilweise auch nach Ecken und jeder, der das Spiel oder Paderborn gegen Hertha gesehen hat, weiß ja, wie uns letzte Woche jeder Standard um die Ohren geflogen ist, deswegen würde ich ja auf einen der beiden Innenverteidiger-Positionen Kämpf stellen, ich würde tatsächlich sogar, also es würde nicht klappen und ich würde es auch nicht machen, so wie wir es dann letztes Mal gegen Kaiserslautern gemacht haben, aber ein dynamisches 3-4-3, also den Gegner mal spiegeln, hätte für mich auch was in dem Spiel, aber lass uns das lieber nicht probieren in diesem Spiel, kannst du dann machen, wenn es wirklich rechnerisch um nichts mehr geht. Demme ist nach wie vor Follower, by the way, neulich gecheckt, ja, der geht nicht mehr in sein Insta rein, seitdem der Deal geplatzt ist, auch geil, wie deine Autokorrektur aus Demme dumme macht, ist das mit Absicht gewesen? Ein freudscher Verschreiber, Tori Hatter sagt, 2-1, dreckiger Sieg, hauhe, nehme ich, nehme ich, ich hoffe auf Leisner bei euch, der ist langsam, ja, deswegen würde ich ja Kämpfer aufstellen und nicht Leisner. Wer ist denn der schnellste Spieler bei Hansa, bei euch? Brumadu, oder wer ist da der, ey, Kai Pröger, Alter, Kai Pröger ist doch wirklich die jüngere Version von Roy Präger, oder? Der Name klingt schon gleich und irgendwie auch so Spielertyp-mäßig. 4-0 oder Spielabbruch, oh Gott. Ey, bitte nicht sowas, ich hoffe es so sehr, aber ich, ach ja, ich hoffe aber nicht, bitte nicht, bitte jetzt nicht mit so einer Kacke in den Schlagzeilen stehen. Bröger ist schneller, als Brumadu, okay. Ich denke, wir spielen mit Kempf in der IV und Marton und Deo auf der 6, bin gespannt, das hat sich so angehört, wie er es gesagt hat, aber dann würde ich lieber Kempf und Gächter in der IV und auf der Doppel-6 Seevolk und Bilal Hüsse ihn sehen. Würde ich wirklich gerne sehen. Schuhmacher auch extrem schnell, ja, der macht ja auch einen Schuh. Ha! Boah, war der schlecht. Ich schäme mich selbst, wird rausgeschnitten aus dem Livestream. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend, freue mich schon darauf, die Eskalation morgen nur vom TV aus zu beobachten. Wieso bist du denn nur vom TV? Fröling hatte schnellste Topspeed gehabt, laut Statistiken, okay. Wobei Topspeed ja auch immer nur bedingt aussagekräftig ist. Interessant ist ja manchmal auch dann einfach der Antritt, aber klar, du siehst dadurch natürlich immer schon einiges, wie bei uns Winkler oder die Contes oder so. Aber es gibt ja echt so ein paar Spieler, zum Beispiel Davis von Bayern. Ich glaube, der ist in der Endgeschwindigkeit nicht schneller als manch anderer, aber es gibt, glaube ich, keinen, der so schnelle Bewegungen macht, weil der ist ja technisch öfter mal nicht so versiert für die Champions League, dass ihm den Ball verspringt, aber der hat, ich würde das nicht mal den Antritt nennen, dieser erste Schritt, diese Bewegung ist so schnell, dass er direkt wieder beim Ball ist. Ja, eigentlich müssen die Schalker und generell eigentlich, jetzt geht es nämlich los für die ganzen Mannschaften, die da unten drinstecken im Abstiegskampf, die müssen jetzt immer auf die gegnerischen Mannschaften auch hoffen, also aus Schalke, Lautern, Braunschweig und Magdeburg und was weiß ich Sicht müssten eigentlich alle für Hertha sein. So, neues Community-Mitglied, Teufel57, danke für dein Prime-Abo, herzlich willkommen, wirst dich hier sehr wohlfühlen, danke für deinen Support. Lasme Conte sind die schnellsten Spieler der Liga, stimmt, Lasme, Lasme Beschreibung, die Profilbeschreibung von Lasme, von Brodsky, die werde ich nie vergessen, die war einfach so on point. Ich kann uns ja mal, ich weiß gar nicht, wie die Tordifferenzen auch sind. Lixi schreibt, ich stehe zeittechnisch im Spannungsfeld zwischen Hertha und Vertrieb. Ich glaube, das kannst du ganz, das kann ich sehr gut nachvollziehen, vor allem mit diesen Anstoßzeiten, gerade freitags und so. Bei mir gewinnt meist die Arbeit, daher keine Dauerkarte mehr und nur sporadisch im Oli, im Moin halt wieder TV. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich bin so froh, dass Stuyffelidis fit ist, so ein geiler Typ, ja, der spielt ja jetzt, also schreibt Partisan Rostock, der spielt ja jetzt linker IV, der war ja ablösefrei, den hatte ich ja sogar bei Hertha mal vorgeschlagen, weil ich auch finde, der schlägt gute Flanken und Standards und der ist ja übelst flexibel einsetzbar, der kann ja auch Sechser, linker Verteidiger und so spielen, wobei er das Tempo jetzt nicht mehr so hat, aber der ist schon fußballerisch richtig gut. Mich wundert immer ein bisschen, dass dieser Vasiliadis gar nicht spielt bei Rostock, aber gut, das ist nicht mein Problem. Wie ist Fürth eigentlich noch so weit oben? Die verlieren seit der Rückrunde gefühlt jedes Spiel, weil die diese Phase in der Hinrunde, also in der Rückrunde sind die richtig schlecht, sieht man auch in der Rückrundentabelle, aber in der Hinrunde haben die am Ende echt angezogen. Ich glaube, die waren zwischenzeitlich auch unter den Top 3. meine Meinung zu Stalfelidis sage ich besser nicht, doch kannst du ja sagen. Außer die ist beleidigend, dann lass es lieber. Expected Points ist Fürth 16. da soweit. Ich weiß, wo hast du das nachgeguckt? In der gesamten Saison oder in der Rückrunde? In der gesamten Saison würde mich fast wundern, weil die ja eigentlich mega offensiv spielen. Jetzt nicht mega offensiv, aber die spielen schon risikoreich. Also ja, das war leider auch andauernd verletzt. Achso. Weil ich dachte eigentlich, der wird ein umstrittener Stammspieler nach dem Wechsel. Ich fand den bei Bielefeld noch einen der besten in der Abstiegssaison. Gesamte Saison sind die Expected Points auf 16. Was? Von welcher Website hast du die Expected Points-Tabelle? Understand? Das kann ich ja fast gar nicht glauben. Gut, ich gucke jetzt auch nicht jedes Spiel von denen, aber die ausgewählten. Oder FP Ref? Oder wo hast du das geguckt? Gibt es bei FP Ref zweite Liga Expected Points-Tabelle überhaupt? Naja, gibt es nur Expected Goals? Es sind aber auch irgendwie manchmal bei die haben ja unterschiedliche Rechnungsgrundlagen. Es sind manchmal anders als bei Bundesliga.com. Ja. D D D D D D D D Untertitelung des ZDF, 2020